Wir packen Koffer für unsere Weltreise! Wir wollen nicht drüber reden. Schuhe, noch ein paar und noch ein paar. Das sind deine wichtigsten Sachen. Mama, was packst du ein? Mama, das passt nicht rein. Können wir überhaupt mit Koffern in den Tummel? Scheiße, ihr könnt jetzt auf Insta abstimmen, was wir mitnehmen sollen.